Ui, der Münzzähler! Wie viel Geld haben wir hier drinnen? Eieiei, wie funktioniert das? Taste drücken... Eieiei... Jetzt schauen wir mal... Ich glaube, ich muss reinhauen das Ganze... Dinnen haben wir nichts... So haben wir von der Nähe betrachten... Das ist richtiges Geld... Hier, fahren wir mal... Ui... Ein Loppetmang! Das geht noch weiter... Ui, wir sind reich! Das ist ja mehr Geld... ... als... ... schon total... ... als... ... als... ... als... ... als... Ja, aber wo kommt das Regiegelk aus? Da ist doch immer... Doch, da ist eine Münze... Ich halte es nicht aus, die kommt gleich mit rein... Die will rein, die Münze... Nein... Will nicht... Na gut... Senden... Weiterzählen... Na, beenden... ... Sie sind reich... ... und wie kommt die damit... ... dann die... ... geschöne Münze... Wie kommt die damit? Bitte warten! Oh... ... Beleg wird gedruckt... ... ... ... ... ... ... ... Schauen wir mal... Wir sind reich... ... ... Ah, das ist ein Schmutzmann, der ist nie.